Hallo, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten. Ich bin gemeinsam mit dem Josef Buchner von der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich für die Planung und Umsetzung der Konferenz in Wörter des Klas und im D-Rond. Am 20. und 21. Februar in St. Pölten zuständig. Und ich habe hier die Rekata Reimer zu Gast. Und ich darf dich bitten, dass du dich vorstöchst. Gerne. Also, wie schon gesagt wurde von den Veranstaltern von der Konferenz, auf die ich mich sehr freue und die weiteren Teilnehmer, Rekata Reimer. Ich leite die Fachstelle Digitales Lehren und Lernen in der Hochschule an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz. Also sozusagen Nachbarland. Aus der Schweiz komme ich und ich werde da einen Vortrag halten, gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin Sefgi Isak. Voll cool. Jetzt schreiten wir zum WordWrap. Yes. Das größte Potenzial des Inverted Klas und Modells ist? Das größte Potenzial liegt darin, Theorie neu zu verankern, die Medienpädagogik zu verstärken und für Praxis einfach noch mehr Qualität in der Lehre zum Leuchten zu bringen. Sehr schön. Jemand, der mit ICM beginnen will, ein Lehrer, dem empfiehlt man? Dem empfiehlt man auf jeden Fall Konzeptionsarbeit zu machen. Das spart nachher für die Praxis viel Zeit. Sich Gedanken zu machen, wie eigentlich immer, was ist mein Ziel, was ist der Lerngegenstand, was möchte ich rüberbringen? Und dann einfach Mut zu haben, Lust zu haben, was Neues auszuprobieren und die Technikfeindlichkeit oder die Schwierigkeiten nicht so ernst zu nehmen. Einfach mal machen tun und mit Freude dabei zu sein. Und man hat ganz viele Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland, die einen gewiss auch gerne unterstützen dabei. Und durch Open Educational Resources kann man auch viel im Netz und woanders sehen, so dass man viele Beispiele auch findet. Cool. Dein persönliches ICM-Motto ist daher? Mein persönliches Motto ist daher, ich möchte gerne mit meinen Perspektiven die Theorie stärken für die Praxis. Wunderbar. Was wirst du bei der Konferenz einbringen? Wie schon fast sozusagen jetzt aus dem vorherigen Gesagten zu hören ist, werde ich gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin einen sozusagen Slot machen, wo es darum geht, dass wir uns nochmal genau anschauen, was ist Inverted Classroom? Ist es eine Kombination dessen, eine Addition? Was soll das? Und ich würde gerne über die Verknüpfung von diesen zwei verschiedenen Perspektiven, online und offline, darüber sprechen. Und wie man das nochmal mehr an den gesamtdidaktischen Diskurs anbinden kann, als auch an den medienpädagogischen Diskurs. Weil ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass wir uns mehr in der Scientific Community auch deutlich machen, nicht nur wir haben tolle Praxisbeispiele und wir verändern die Lehre und das sind immer so die Akteure in den Hochschulen, sondern dass wir das bewusst machen und auch aufbauen auf anderen Theorien. Und das möchte ich gerne einerseits drüber bringen, also dass es nicht nur eine wechselseitige Kombination von verschiedenen Methoden ist oder mal von Filmen und dann hat man eine Präsenzlehre. Was heißt das, da Präsenzlehre zu machen? Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Nicht die Filme erstellen zum Beispiel, sondern ich als Lehrperson bin plötzlich in einer anderen Rolle. Ich muss Präsenzlehre ganz anders gestalten, damit ich das auch miteinander verknüpfe. Das ist das eine. Das andere, habe ich gesagt, der Theoriediskurs und zwar anschließend auch an den gesamtdidaktischen Diskurs und darüber hinaus eine bewusste Gestaltung des Lehr-Lern-Raums. Und wir befinden uns hiermit in diesem Lehr-Lern-Raum, der immer zwischen dem Kulturraum Internet und dem klassischen Präsenz, Face-to-Face ist. Und ich würde sagen, heutzutage sind wir immer in einem Lehr-Lern-Raum, der beides hat, also jetzt hier in Österreich, Schweiz, westlichen Ländern, die wir sozusagen mit digitalen Technologien arbeiten. Das bezeichne ich mit Eva Edinger als Third Space oder Augmented Education. Und unter diesen Bedingungen der Third Space, der Augmented Education, müssen wir Lehr-Lern-Prozesse anders verstehen. Und das würde ich gerne sozusagen einbinden in die Theorie. Das Spannende ist ja, dass das Ganze auch eine Kooperation mit der Barbara Geyer-Helden von der FH Burgenland ist, wo ja auch die Überschrift ist, der Dark Side of ICM. Was fangst du mit dieser Überschrift an, der Dark Side of ICM? The Dark Side, also Darth Vader laden wir noch ein oder so. Nein, sondern die Dark Side ist eher sozusagen kritisch, konstruktiv in den Diskurs zu kommen. Best Practice ist immer gut und auch als Community sich darüber zu verständigen, wie wichtig das ist, dass das, was wir machen und da auch immer wieder zu schauen. Diese Beispiele, von denen ich anfangs sprach. Aber man sollte auch immer wieder als eigene Community sich Fragen stellen, was weiterentwickeln, vielleicht auch was weglassen. Also Dark Side ist eher ein bisschen, sozusagen die eigene Kritik nochmal wahrzunehmen, das zu reflektieren und dadurch auch die Muße sozusagen an einer Tagung mit anderen Expertinnen und Experten sich darüber auszutauschen. Okay, wunderbar. Dann freuen wir uns schon ganz riesig auf diesen Beitrag. Und ich sage einmal, Danke und wir freuen uns dann auf St. Pölten. Wunderbar, ganz herzlichen Dank sozusagen aus der Schweiz, schon nach einer St. Pölten. Und ich freue mich sehr auf die verschiedensten Teilnehmer, die heterogene Gruppe, sodass wir da aus den verschiedensten Perspektiven von der Praxis bis zu Leuten, die Theorie hat, was machen wollen, dass wir da was gemeinsam weiterentwickeln in St. Pölten und dann auch in der Publikation noch für einen weiteren Kreis sozusagen sichtbar machen. Merci. 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 Tschüss.